Julius Zarebski war ein polnischer Komponist und Pianist. Leben Zarebski erhielt ersten Klavierunterricht von seiner Mutter, dann von weiteren Lehrern in Schüttemür. 1870 bis 1872 studierte er am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien bei Josef Dachs und Franz Krenn. Im folgenden Jahr legte er in nur drei Monaten in St. Petersburg die Diplomprüfung ab. 1874 wurde er Schüler von Franz Liszt zunächst in Rom und folgte ihm dann nach Weimar. 1879 heiratete er die deutsche Pianistin Johanna Wenzel, ebenfalls eine Liszt-Schülerin. 1880 erhielt er eine Professur am Konservatorium Brüssel. 1885 verstarb er in seiner Heimatstadt an Tuberkulose. Als Pianist konzertierte Zarebski auch gemeinsam mit seiner Frau in vielen europäischen Ländern. 1878 trat er auf der Pariser Weltausstellung mit einem von den Brüdern Majo entwickelten zwei manualigen Klavier auf. Werk Zarebskis aufgrund seines frühen Todes relativ schmales Werkverzeichnis umfasst neben Klavierwerken einige Liedvertonungen sowie Kammermusik. In der Tradition Schuppes und Liszt stehend entwickelte er eine auf den Impressionismus vorausweisende Harmonik. Nach jahrzehntelanger Vergessenheit erscheint heute zumindest seine letzte Komposition, das Franz Liszt gewidmete Klavierquintet G-Moll-Op. 1934 gelegentlich wieder in Konzertprogrammen. 2013 spielte der britische Pianist Jonathan Plauereit das Werk mit dem Schmanowski-Quartett erneut ein. zureholder 14. 15. 16.